Gute Welt! Mahlzeit Freunde! Ich habe euch heute nochmal am Feuer mitgebracht. Das habe ich auch glaube ich nur als Bildervideo und weil ich gerade Bock habe, werde ich jetzt das hier mal spontan zelebrieren. Und hoffe, dass ihr fertig seid! Wir sitzen am Feuer mit frohem Gemüt. Wir sitzen am Feuer und die Funken sprühen. Wir sitzen am Feuer, der Mähtropf vom Bart. So feiert man nach Wikinger-Art. So feiert man nach Wikinger-Art. Wir reden von den alten Göttern und was sie so alles erlebt. Wir trinken und essen mit Freunden und tanzen, dass die Erde bebt. Die Gedenken, denen die auf dem Schlachtfeld liegen. Dank ihnen sind wir am Leben geblieben. So hebet das Horn und stimmelt ein, auf und dann gar vor trefflichen Reim. Wir sitzen am Feuer mit frohem Gemüt. Wir sitzen am Feuer und die Funken sprühen. Wir sitzen am Feuer, der Mähtropf vom Bart. So feiert man nach Wikinger-Art. In der Halle in Asgata sitzen wir nun und haben wohl recht wenig zu tun. Die Trinken weht von einem schönen Tier. Die Trinken weht von einem schönen Tier. Heid und vom Dache stillt ihre Gier. Der Allvater auf seinem Throne ruht und Hugin und Muni flüstern ihm zu. Was so in der Welt geschieht, woraus er seine Schlüsse zieht. Wir sitzen am Feuer mit frohem Gemüt. Wir sitzen am Feuer und die Funken sprühen. Wir sitzen am Feuer, der Mähtropf vom Bart. So feiert man nach Wikinger-Art. Wir neigen unser Haupt und ehren unsere Arm. Die Steine tragen ihren Namen. Ihr Wissen macht uns zu stolzen Kriegern und dank Odin besitzen wir noch alle unsere Glieder. So trinket auf die, die zu uns gehören und lasst sie unsere Lieder hören. Wir sitzen am Feuer mit frohem Gemüt. Wir sitzen am Feuer und die Funken sprühen. Wir sitzen am Feuer, der Mähtropf vom Bart. So feiert man nach Wikinger-Art. So feiert man nach Wikinger-Art. Wir sitzen am Feuer und die Funken sprühen. Wir sitzen am Feuer, der Mähtropf vom Bart. So feiert man nach Wikinger-Art. So feiert man nach Wikinger-Art. So feiert man nach Wikinger-Art. So flert man nach Wikinger-Art. So feiert man nach wenig Canvas. So weit đi. So kurz filen am Feuer, der Mähtropf statistic CUMP war